Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Melek. Heute geht es um Nikeboy, der wohl, da gab es ja mehr oder weniger ein Gerücht darüber, dass er wohl die Schule irgendwie hat. Und darauf will ich halt einfach Stellung nehmen, weil ich finde das ehrlich gesagt schade ihm gegenüber, dass viele auch so viel Blödsinn über ihn verbreiten. Das finde ich ehrlich gesagt richtig schade und wir gucken mal uns das Video zusammen an. Es geht nur eine Minute und 30 und danach hört ihr meine Meinung. Ehrliche Meinung und mehr nicht. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, heute rede ich mal um ein wirklich ernstes Thema und zwar, ob ich denn die Schule abbreche. Kurze Sache, ich kenne dieses Video nicht. Ich habe das glaube ich nur 15 Sekunden mir angehört, mehr nicht. Und deswegen reagiere ich jetzt darauf und werde auch meine Meinung klar und offen sagen. Viele größere YouTuber machen derzeit ein Video über mich, wo sie denn rum erzählen, ah, der wird doch bald eh die Schule abbrechen oder so. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde auf der Bushaltestelle und in der Schule angesprochen, was ich nicht okay finde, ob ich denn die Schule abbreche oder nicht. Und deswegen kommt jetzt mein ganzes Statement zu dieser Sache, äh, was auf jeden Fall auch nicht lange geht. Ich würde euch bitten, jetzt schon mal ein Like da zu lassen, ob ihr es richtig findet, was ich mache oder ob ihr es falsch findet. Und ja Leute, ich muss euch sagen, ich werde nie in meinem Leben die Schule abbrechen. Ich gehe derzeit auf ein Gymnasium und probiere mein Abitur zu schaffen, Leute. Ich meine, das ist eigentlich das Wichtigste, was man in jungen Jahren machen sollte. Auch ich kann jetzt nicht aus Erfahrung oder so sprechen. Sondern für mich wäre es einfach so sinnvoll, ja, dass ich mein Abitur mache und dann mich umschaue, was ich später mache. Natürlich bin ich jetzt erst 13 und ich weiß nicht, was später auf mich zukommt. Jedoch möchte ich das jetzt gesagt haben, dass ich nicht von anderen Leuten, Danikchen, beleidigt werde oder so, dass ich, äh, die Schule... Kurz, äh, äh, ich muss direkt cutten hier gerade. Aber wobei, das geht jetzt noch 20 Sekunden noch. ... die Schule abbreche, Leute, ich werde wirklich nie in meinem Leben die Schule abbrechen. Das möchte ich jetzt nur nochmal gesagt haben. Ich werde nicht die Schule abbrechen. Äh, merkt euch das, Leute. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Genießt die Zeit in Fortnite in Season 4. Lasst ein Like da, droppt ein Abo. Ich bin raus, haut rein und ciao, Leute. Okay, ähm, allein, allein die Tatsache, dass es Menschen gibt, auf dieser Erde, die irgendeine Diffamierung verbreiten, also Diffamierung bedeutet wie Gerüchte, die nicht stimmen in unserer Gesellschaft, sowas verbreiten über Nightboy, was ich übertrieben asozial finde, weil es sich einfach asozial finde. Es gibt nichts Schlimmeres eigentlich, wenn man etwas behauptet über jemanden, was überhaupt nicht stimmt. Das ist das Allerfieseste und das Allerschlimmste, was es eigentlich gibt. Sowas erlebt man aber immer wieder, dass die Leute ihre Zunge nicht beherrschen und irgendeinen Bullshit labern. Und ihr wisst ja sicher, ich habe ja selber mit dem Jungen schon gestreamt. Und ich bin ja selber Lehrer in einer Gesamtschule. Und ich weiß selber, wie Kinder heutzutage drauf sind und dass sie ungerne die Schule abbrechen würden. Und wie zur Hölle kommen die dazu, bei jemandem wie Nightboy sowas Heftiges, Unverschämtes, diesem Jungen zu unterstellen? Und da will ich auch persönlich auch Bezug nehmen zu Nightboy. Lass dir sowas von diesen Leuten nicht gefallen und das Video war genau richtig, um den Leuten einfach zu zeigen, hey, jetzt ist Schluss. Ihr könnt nicht über mich sowas reden, sowas labern. Und das noch Unverschämtere finde ich auch an die Leute, die ansatzweise irgendwelche Videos gegen Nightboy machen, zeigt mal erstmal mit dem Finger auf euch selber. Natürlich könnt ihr das kritisieren, dass er 13 ist, YouTube macht und alles und vielleicht ein bisschen Erfolg hat durch seinen Hype und alles. Aber trotzdem habt ihr nicht das Recht, ihn ansatzweise zu beleidigen. Und das finde ich auch immer wieder mega unverschämt bei super vielen YouTubern, sei es nun kleinere, größere oder wie auch immer, die sich das Recht nehmen, so einen Jungen einfach zu beleidigen. Ich habe mit dem schon selber gestreamt und ich habe auch schon bereits ein Video darüber gemacht, über Kinder, die YouTube machen, auch mal über ihn selber was gesagt, unter anderem. Und ich habe auch selber schon quasi schon mit ihm gespielt und das wissen die Leute auch. Und ich weiß das selber aus meiner eigenen Haut, dass dieser Junge vernünftig ist. Ich weiß das selber, weil sonst hätten wir nicht zusammen gespielt. Und ich finde es auch wirklich schade, dass man grundsätzlich über ihn sowas sagt. Ein weiterer Punkt ist einfach nur, es geht um Beleidigungen. Ich weiß, es ist heutzutage schwer für Leute, die halt auch nicht anders mit Menschen umgehen können, aber passt euch mal selbst an die eigene Nase und schreibt mal einen vernünftigen Satz, statt einfach mal direkt zu beleidigen. Es kann nicht sein, dass man so eine Person hatet. Ich verstehe das echt nicht. Vor allem frage ich mich auch hier an der Stelle, ob es nicht ansatzweise mal möglich ist, um mal vernünftig mit Leuten zu reden. Aber das scheint wohl bei sehr vielen Leuten einfach verloren zu sein. Und viele nutzen auch einfach ihren Hass bewusst aus, um diese Frage, breche ich die Schule ab, irgendwie als These für ihre Videos oder so zu nutzen, um vielleicht damit Klicks oder so zu generieren. Wie gesagt, alle Rechte liegen hier bei Nikeboy. Props gehen auch an Nikeboy raus, dass er den Mut hat, hier definitiv auch was zu sagen. Ich möchte, dass sie diesen Jungen auf jeden Fall in Ruhe lasst. Ehrlich, lasst diesen Jungen in Ruhe. Und ich wünsche mir wirklich, dass einfach auch grundsätzlich die Leute nicht mit irgendwelchen Unwahrheiten daherkommen und so einen Blödsinn einfach erzählen. Ich meine, die Leute kommen sowieso schon nicht darauf klar, dass ich zum Beispiel Lehrer bin und gleichzeitig auch Student bin und auch Fortnite spiele und auch meinen Spaß dabei habe. Und das zeigt einfach schon, dass irgendwas nicht stimmt. Dass einfach etwas nicht stimmt. In diesem Sinne, fühlt euch gedrückt, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und bis dahin. Ciao. Ach, stopp. Mir fällt noch gerade was ein. Was denkt ihr darüber? Was die Leute darüber sagen? Oder wenn die Leute grundsätzlich so einen Unfug im Internet verbreiten. Das geht einfach gar nicht. Aber egal, auch, stellt euch mal vor, ihr werdet, ich werde ja selber darauf angesprochen in der Schule, ob ich nicht mit denen Fortnite spiele mit einigen Schülern als auch Schülerinnen. Das ist einfach so. Du kannst das nicht entgehen. Und ich kann mir vorstellen, wie doof das eigentlich ist für jemanden, der Schüler ist und dann diese Frage kommt, brichst du wirklich die Schule ab? So ein Bullshit. Da wird mir echt eure Meinung interessieren. Schreibt mal gerne ruhig eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten bis dahin.